ich glaube es müsste dafür reichen gibt es spinnnetze? äh keine ahnung ich glaube nicht sieht nicht so aus super super wir müssen uns etwas überlegen wie wir das mit den ähm wer ist denn so Moment wie wir das mit den ähm Scheiße, jetzt habe ich es vergessen super super die erste ganze Zeit lol die mit den Hebeln machen können wie immer mit Hebeln arbeiten ich würde nämlich gerne wenn es dann geht wenn man hier unten reingeht dass man das Ding unten auch wieder schließen kann dass nicht jeder reinfällt bei was? ja hier dein geheimen Dixer hier die Falltür die mach ich dann sagen dass du dich doch nicht zum freien Fall übrig ja aber ähm wenn du dich schließt dann kommst du auch von unten nicht mehr so raus wenn du in der Kugel bist natürlich hätte diese Kugel hä? wenn du dich rausrollst wie soll ich mich rausfahren ich mach da auf der Treppe hin da kommt so eine Treppe hin natürlich ja ja hallo ich glaube ich da einfach so eine Paltür ohne Boden mache das hat dann für den Nutzen ähm ist es okay wenn ich aus Dekorationsgründen den ein oder anderen kleinen Stein weg mache äh also einen Stein äh also einen Stein wie meinst du das denn? ich zeig's dir mal warte mal geht das, dass man nur einen Stein abbauen kann he he theoretisch ja das ist ein bisschen umständlich aber es ist möglich du musst halt ziemlich vorsichtig sein du hast jetzt gemacht an einer Ecke kannst du dir später noch angucken wenn du willst ja 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 die Lava sie schwimmt ja das sieht doch cool aus ooooh ey das sieht cool aus ja ja das sieht echt nice aus also echt gut von der Neistigkeit her geht das wieder los kannst du den Kohlenleuchter mal gerade weg tun? ja steht aber ja auch noch was aufs was? das ist ein Kohlenleuchter stimmt nein ich hab ihn der und hier unten war es mit der Ecke mit dem Stein mhm ok es passt sonst gar nicht so weiter hin ja mal gucken So, wo war jetzt der Kronenleuchter, den hab ich gerade eben so geklaut, ähm entwendet. Aha. Chillig. Brauchen wir nur noch kleinere von diesen Bücherregalen, die wir dann noch hier oben weiterhin noch hinstellen können. Ne, da passt er nicht rein, das ist sie. So, wo ist sie? Ja. Okay. Ich bin fast gestorben, also nicht gestorben, aber... ...etwas notvoll geworden. Da gibt es fast eine Explosion. Nein. Äh... Mal sehen. In Koppeln. In Koppeln. Okay. Das war's. Vielen Dank. so und das hier unten ist ausreichend findest du das mario ich setze das noch ein bisschen oben ist noch nicht fertig ist noch nicht fertig ich musste die bücherei nachher noch mal gucken es ist gut schau mal die bücherei an wie sie bis jetzt ist das sieht schittlich aus hier können wir aber auch aus den treppenstufen jetzt irgendwie was machen also so ein ja ich habe mir gedacht dass man hier auf der kompletten etage von links nach rechts durchgehen kann kann man ja auch hier von oben machen wo ich so ich muss die bücherei jetzt komplett umrollen nicht so viele bücher so wo packen wir die anderen regale hin ich guck mal guck 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 das ist man hast du doppelt gebaut ja wie findest du das da sieht auch gut aus stabiler ja können wir immer noch ändern aber es ist ein erster designwurf ja ich hab mir das mal so überlegt was könnten wir in diesem monster machen ja ja So geht ja auch. Wir haben aber vor allem so ein paar Kodex zum Teil auch doppelt, ne? Ja. Ich würde gerne wissen, was man damit machen kann. So. Da haben wir schon mal eins. Dann die anderen Regale. So. Passen die eigentlich noch übereinander? Würde gehen. So. Ach, das war ja die Quest, stimmt. So. Das ist ein Kodex. Irgendwann hatte ich noch eine Quest gehabt. Alles Kodex, 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 das auch, das auch, das auch und das auch. So gut. So gut. Und als letztes den Kodex, wo kann ich den hin? Und jetzt? Alles Kodex, Kodex, was das? Nur mit. Ich will jetzt mal eine Quest. Ja, nur mit. Oh. Hier. Nichts, nicht noch mehr. das sieht echt geil aus mit dem Schütz da unten drunter, sobald du durchgucken kannst. es regnet hier rein, es regnet von der Seite, es regnet vor allem durch das Loch das wir hier haben, also da wir hier Löcher haben, ja, ey, guck mal schnell, 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 guck mal jetzt hier draußen, ne, ja, also jetzt hier, hier, wo ich, äh, hier, wo da, äh, wo das Graf ist, ne, das gehe dann so runter. das liegt nicht rein, irgendwann. wenn es sich hier gar kein Regen, es ist interessant, wenn ich hier trotzdem die Bitten, die, äh, für zu lesen. deswegen müssen wir hier unten ein bisschen aufpassen zurzeit. das wird saufen, ne? oh, nicht das, aber, oh. ich würde sagen, im Haus, wenn man weiter nach unten möchte, schnell, kann man vielleicht auch das Schien-System mit den Haken bauen, keine Plattform hier durchfahren. ja, aber wenn wir hoch, wenn wir laufen, muss man wieder laufen. ja, das ist kein Problem. das ist kein Problem. das ist ganz glücklich. zum Beispiel, wenn man sich eine Lücherei oder so, da muss man ja nicht unbedingt, äh, mit der Plattform durch. da muss ich wieder viel Fresse, also dann müssen wir wieder Feldern bauen. ich finde die Bücher rein nice. ja, also die sieht, das ist wirklich übertroffen, das sieht echt geil aus. muss ich sagen. nur oben links die Ecke gefällt mir noch nicht ganz, aber da fehlen, da kommen noch ein paar Regale hin, wenn wir noch welche haben. können wir die eigentlich selber bauen? äh, egal. ja. ich weiß nicht, ob wir alles, also ich glaube nicht, dass wir alles bauen können. und wenn, wo? ich will. ach so, warte mal. kistennd? worauf soll ich denn immer warten? nee, ich dreh da mit mir selber. Achso, äh, dann. Erstmal... Au, Mist, ich hab kein Essen mehr hier unten. Nee, ich glaub, die können wir uns noch nicht craften. Ist bestimmt aber möglich, wenn wir die Blueprints dafür haben. Haben wir überhaupt eigentlich noch Baumstämme? Du hast alle Baumstämme verwendet. Ich hab noch ein paar. Okay, ich hätte gern zwei Baumstämme. Baumstämme? Ja, zwei Baumstämme. Die geb ich denen jetzt nur zwei. Richtig. Klack, klack. Ja, drei Baumstämme. Ich hab noch kein neuto. Schiefst... Sägez. Ja, zwei Mann. Trämme. Wärme. Dann schiefst... Dann schiefst... Wärme. Schiefst... Saat... Dann schiefst du nach. Tschüssst. Dann schiefst du nach. Dann schiefst du nach. Untertitelung des ZDF, 2020